Hier nicht geht, weil der Innenrand tiefer ist als der Außenrand, ja? Ja, super. Was ist mit der anderen Seite vielleicht? Was ist mit der anderen Seite? Ist genau so. Aber mach den Dus nicht kaputt. Hast du den hier? Ja. Kannst du sagen, die Dose, oder ist der zu spät? Ja, die Dose ist scheißegal. Die Dose kostet 50 Cent oder was nicht mal, ne? Ja, wenn du behauptest, ey, wenn du behauptest. Du kannst dich hier dran auf jeden Fall verletzen. Ja, ja, ja. Ich muss mal wieder ein bisschen vieler Dose brauchen.